Jocto beherrschen im Vorteil mit FÜTEK. Mit Jocto werden komplexe Projekte effizient beherrschbar. Der Reuse ihrer Entwicklungsarbeit für unterschiedliche Plattformen, auch unterschiedliche Gerätetypen wird gefördert. Jocto ermöglicht strukturiertes Arbeiten über Ausprägungsvarianten von Hardware und sogar über Prozessorgrenzen hinweg. Das Deployment ihrer Releases wird einfacher und sicherer. Mit einem von der FÜTEK Linux-Mannschaft entwickelten Strukturierungskonzept unterstützen wir sie, die Komplexität von Jocto zu beherrschen und das Potenzial optimal zu nutzen. Saubere Layer-Strukturen, eigene Abstraktionsebenen und zahlreiche in Vorleistung bereitgestellte Jocto-Pakete schaffen unseren Kunden den größtmöglichen Vorteil. Unsere Board-Support-Packages eignen sich optimal für den Einsatz in mehreren Projekten und dank unserer Unified BSPs über Kernel-Versionen und Plattformen hinweg. Dieses Konzept ermöglicht auch den Wechsel des Prozessors mit nur geringem Aufwand. Wir haben zahlreiche Treiber bis hin zur Middleware bereits für Sie implementiert, übernehmen die Pflege der Treiber und sorgen für die Kompatibilität mit den jeweiligen Kernel-Versionen. Umfangreiche und weitgehend automatisierte Testprozeduren schaffen Sicherheit für den Serieneinsatz. Aufgrund der durchdachten Layer-Struktur unserer Jocto-Releases können Kunden unkompliziert eigene Feature-Layer, Pakete und Rezepte einfügen. Das FÜTEK-Team steht Ihnen dabei mit zahlreichen Workshops zur Seite, sei es zur Orientierung und Einführung in das Jocto-Projekt oder als Anwendungsunterstützung für spezielle Aufgaben. Als Partner Ihrer Projekte zeigen wir Ihnen Wege, die Komplexität von Jocto zu beherrschen und damit auch die Komplexität Ihrer Anwendung. Kommen Sie mit uns ins Gespräch über Ihr Projekt.